herzlich willkommen eine weitere sendung auf meinem kanal zum thema pool und ich habe ja in der letzten sendung gesagt wir reden heute über bei parameter bei parameter also was ihr kennt ist chlor und ph das sind die wichtigsten parameter die wir im pool haben aber es gibt auch sogenannte bei parameter die auch das messen eurer hauptparameter beeinflussen können ganz besonders schlimm ist es wenn zu viel isozylenmursäure im pool drin ist dann funktioniert das testmittel für chlor und ph auch nicht mehr so richtig man weiß eigentlich nicht mehr so richtig was da drin ist und man fängt dann oft an und denkt das messgerät ist kaputt man kauft sich viel für viel geld etwas neues man hört auf den nachbarn der sagt ich messe seit jahren schon mit diesem gerät und ich habe kein problem ja wahrscheinlich hat er auch kein problem mit den bei parametern und deswegen funktioniert das so prima und ja wenn man dann irgendwas einkaufen und merkt dann man hat viel geld ausgegeben für irgendwas was einem dann nicht hilft dann ist man enttäuscht fühlt sich ratlos und muss mal nach den bei parametern schauen also chlorwert der sollte ja so zwischen 0,6 und 1,7 liegen ja bei den warmen temperaturen darf er sogar noch ein bisschen höher sein aber sollte für die dosiertechnik auch nicht zu hoch sein also wenn ihr eine dosieranlage habt schaut mal dass ihr den nicht höher als 1,4 milligramm pro liter fahrt und setzt dementsprechend eure filterzeit hoch die filterzeit beim pool das nur ganz nebenbei muss bei warmen temperaturen also bei außentemperaturen von ja wie wir es auf mallorca haben 40 grad und einer wassertemperatur von 28 grad eigentlich 20 stunden betragen damit die desinfektion noch vernünftig funktioniert weil ihr wärmer das wasser ist desto mehr chlor brauche ich und je höher die uv belastung ist desto eher wird mein chlor zerstört also das heißt bei parameter wäre dann jetzt hier die uhr die richtig eingestellt werden muss und vom filterzyklus minimum vier stunden und nicht immer an aus an aus das wird auch ich auch falsch gemacht das also bei parameter uhr jetzt kommen wir zum nächsten bei parameter isozyanursäure ich habe es ja eben gerade gesagt wenn die zu hoch ist dann werden die messergebnisse nicht richtig angezeigt und ihr merkt irgendwas stimmt nicht beim pool die haut juckt man entwickelt irgendwelche pickelchen und wunden stellen und so weiter und dafür gibt es testtabletten die hier sind von der firma lovi bond ich habe die gibt es aber auch von einem anderen hersteller worte id das sind hier die anderen also also die zionursäure messen also wenn ich so mit meinem messung nicht weiterkomme und sollte ich das mal messen vorausgesetzt ich habe jetzt hier ein chlortabletten pool oder ein salzpool der vorher mit club tabletten benutzt wird auch da kann die isozyanursäure einen wichtigen wichtigen grund spielen man kann ein chlor stabilisator für salzpools übrigens auch händisch beigeben das ist nämlich diese isozyanursäure und guckt dann dass dieser wert auf fünf milligramm bis zehn milligramm liegt und dann ist mein salzpool chico bei den chlortabletten habe ich eher das problem dass der wert zu hoch ist also über 74 milligramm pro liter funktioniert das chlor nicht mehr oder wenn andere sagen 80 milligramm dann ist es 80 milligramm was klar ist ab 30 milligramm funktioniert das nicht mehr so und deswegen muss ich den beiparameter isozyanursäure kontrollieren das ist bei den ganz einfachen messgeräten also die drei parameter messen können auch immer dabei es gibt neue messgeräte die messen auch die alkalinität wofür brauche ich das ja wie ich beim chlor den chlor stabilisator habe habe ich beim ph wert den härtestabilisator wenn der nicht da ist würde der ph wert immer rauf runter rauf runter rauf runter gehen man kriegt es nie in griff und denkt die dosieranlage ist kaputt dann kauft man sich eine neue die dosieranlage und was ist der grund eine zu geringe alkalinität ihr liegt eigentlich immer gut wenn ihr eine ja die alkalinität auf 80 milligramm pro liter fahrt bis 100 milligramm pro liter ist es gut über 120 müsste man etwas senken aber in der regel ist es so dass der er drunter ist und der muss stimmen der kann zum beispiel hat zerstört werden die alkalinität wenn ihr ein pool neu befüllt und senkt den ph wert zu schnell ab stellt euch vor ihr habt ein ph wert in eurem leitungswasser von 7,6 damit würde chlor noch funktionieren das ist so gerade an der grenze und jetzt meint ihr aber weil es optimal ist ihr müsst den ph wert auf 7 oder 72 runterfahren da macht ihr aber eben halt dann den fehler dass wenn ihr das zu schnell macht dass ihr die alkalinität bricht so sagt der chemiker davon die geht dann zu weit runter das heißt wenn ihr ph wert senken wollt denkt daran bei 7,6 funktioniert es noch und dann senkt ihr den langsam 7,5 7,4 7,3 7,2 bis ihr ihn dann da habt aber nicht mit gewalt auf mal oder viel chemie aus dem kanister ins becken kippen und damit ihr sofort 7,2 habt also immer langsam runter fahren bei parameter alkalinität da war so jetzt haben wir nächsten bei parameter das ist eisen eisen ist sehr häufig bei brunnen wasser und wird im spielt auch immer mehr eine rolle seitdem es gesetze gibt die sagen man darf mit trinkwasser keinen pool befüllen also nehmt ihr brunnen wasser bei brunnen wasser müsste eben halt darauf achten was haben wir dafür grundparameter wie hoch sind die nitrat nitrit werte wie hoch ist der eisen wert im wasser der eisen wert der bringt euch den leitwert zum beispiel durcheinander es gibt ja messgeräte habt ihr schon mal gesehen die sehen aus wie so ein elektroschocker mit zwei sonden die man ans wasser hält und er zeigt einem dann was an und dann soll irgendwas gut sein oder nicht dieses messgerät geht zum beispiel immer davon aus dass dort auch leitungswasser also trinkwasser die verfüllt ist wenn ihr eine dosieranlage habt die misst ja mit einer redox sonde die sind dann hier in so rohren verbaut da steckt eine sonde drin ich habe hier so eine sonde das kann ich euch mal eben zeigen das ist eine ph sonde die ich jetzt hier habe ne temperatursonde das ist eine temperatursonde aber diese gibt es auch für ph wert und für für den redox wert sieht alles immer ähnlich aus diese misst die temperatur und den ph wert kann ich auch die steckenden hier drin sollten immer senkrecht im wasser stehen nie so also ich sehe das sehr häufig dass das leute sogar falsch installieren werde ich mal in einer extra sendung behandeln und die sollten direkt im wasser stehen und nicht so wie hier ich versuche mal euch das ein bisschen dichter in der kamera zu zeigen kommen ausnahmsweise nach vorne wird unscharf ja gut hier hat mal jemand versucht so einen sondenhalter aufzubauen und einfach nur ein paar löcher reingebohrt die sonde ist damit nicht ins rohr reingekommen und hat eine fehlmessung verursacht auch ein bei parameter fehlmessung der sonde also auch ein ganz ganz wichtiges thema also bei parameter eisen im brunnenwasser den will ich jetzt angehen wenn der über 0,2 ist dann habt den anderen leitwert im wasser das heißt eure mess sonden zeigen was anderes an denn die redox sonde die sehr häufig im pool verbaut wird die zeigt die leitfähigkeit des wassers und je mehr metalle wie kupfer salze und so weiter im wasser sind desto anders ist eben halt auch der redox wert und mit dem redox wert in millivolt so wird er ja gemessen bestimme ich eigentlich den desinfektionsgrad das kann sein wenn es optimal eigentlich bei 710 oder 740 millivolt sein soll laut lehrbuch dann kann es sein wenn ihr brunnenwasser habt und eisen drin habt dass sie dann problem habt ihr habt noch ein problem euer eure titan zelle geht dadurch auch schneller kaputt und was noch viel schlimmer ist wenn ihr chromteile im pool habt oder vielmehr edelstahl elemente im pool habt dann lösen die sich auf denn es ist so edelstahl hat die eigenart wenn salz im wasser ist das ist nämlich das problem was häufig auch als nebenparameter die sogenannten salzpools verursachten dann muss ich schauen dass ich den salzwert von 1000 mikrosiemens nicht überschreitet bei 1400 mikrosiemens habe ich das problem dass wenn eisen im wasser ist mein edelstahl anfängt zu rosten und wenn es einmal anfängt zu rosten kann das bis zur durchrostung gehen und mir praktisch das ja meine edelstahl elemente kaputt machen und wenn dann noch die alkalinität zu gering ist habe ich ein aggressives wasser und es geht bis zur durchrostung also bei pool cover spielt es eine richtige rolle dann noch ein paar parameter auf den ich jetzt noch zum schluss eingehen und dann werde ich die serie erstmal beenden weil ich möchte ja wissen interessiert euch das thema soll ich da weitermachen wollen wir eine live sendung machen komme ich mir noch mal auf kupfer wie kommt kupfer ins wasser durch algazide die meisten algazide ich habe hier so ein kanister sind auf kupfer basis und die sorgen dafür dass sich die leitfähigkeit im wasser auch noch wieder verändert und eben halt bei meinem salzpool meine elektrolyse zelle zu einem jahr verfrüht zu einer frühen veralterung bringt also deswegen gebt immer nun so viel kupfer ins becken wie es funktioniert also der bei parameter sollte 0,2 milligramm pro liter dort nicht überschreiten ab 0,6 milligramm pro liter habt ihr einen ganz tollen effekt wenn ihr viel chlor im becken habt dann bekommen nämlich blonde leute die im pool waren mit grünen haaren wieder aus dem wasser also der chlor wert wenn er über 0,6 milligramm pro liter ist viel chlor bekommt die grüne haare die kann man natürlich auch wieder entfärben indem man die haare mit einer aspirin lösung wäscht also da macht man sich so eine waschkur und kann dann auch gleich eine kopfschmerztablette nehmen weil man so geschockt ist von seinem ach so tollen pool und stellt euch mal vor ihr habt gäste eingeladen da ist die schöne blondine dabei oder ein schöner blonder mann und kommt mit grünen haaren raus habt ihr ruckzuck feinde zu hause so an dieser stelle würde ich meine serie jetzt erst mal vorübergehend einstellen weil ich möchte wissen ob euch das thema interessiert und wenn ja schreibt mir was euch interessiert dann würde ich das in einer der nächsten sendungen behandeln und wenn ihr euch eine live sendung dazu wünscht dann sprecht das bitte an dann machen wir das also das war es jetzt erst mal drei teile habe ich jetzt gemacht zum thema pool bei parameter salz pool chlortabletten und da gibt es noch so viel mehr also wollen wir darüber reden wollt ihr darüber reden dann lasst es mich wissen also tschüss bis zum nächsten video und wenn ihr das wissen wollt und sagt es ist so toll teilt das video und lasst vor allen dingen einen kommentar da bis zum nächsten video ansonsten sehen wir uns wieder bei pirates tv zum bier am samstag was ja jeden samstag stattfindet wo wir am rande mal über pool reden können da wollen wir über mallorca reden also ich würde das gerne ein bisschen abheben von dem aber nur wenn ihr es wollt kleiner vorschlag von mir aus meinem kleinen studio ich habe wie in der ersten sendung schon das zweite t shirt an und es fängt jetzt auch an schwitzig zu werden ich jetzt auch mal eine runde ins meer kühle mich ab und warte auf eure kommentare tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal